Okay. So, aber ich meine, ich habe hier eben oben an der Spitze was gesehen auf diesem Fels. Da wird es mal wieder angezeigt. Aha. Ja, wie komme ich da hin? Da ist ein Windding. Perfekt. So komme ich da hin. Okay. So. Wie lange haben wir schon? Ach ja, wir haben noch Zeit. Okay, das heißt, mal gucken. Ja, komm, die letzte kann ich glaube ich auch noch machen. Ah, warte mal, ich markiere mir das. Damit ich... Ganz im Ernst, ich hoffe einfach. Achso, okay. Ich hoffe einfach. Ähm... Dass ich da drüben nicht auch Level 30er Gegner habe. Das wäre ein bisschen, äh... Unschön, sag ich jetzt mal. Warum versammeln sich da Schleime an dieser... Ich kann überlegen, ich glaube, da war ich schon mal, oder? Auf der, auf der, auf diese Säule. Und da muss ich mit Ember schmelzen, äh, das schmelzen, äh, das schmelzen. Das sieht auch so ein bisschen eismäßig aus. Ich weiß mal, was es war. Komm. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich stand da beim letzten Mal auch schon so vor. Und entweder habe ich es geschafft und das, was ich da sammeln konnte, ist weg. Oder ich, man sieht es halt erst, wenn man irgendwie da hochgeflogen ist. Keine Ahnung. So, wie lang sind wir? 550 Meter haben wir noch. Äh... Mal schauen. Ach, ich hätte eigentlich runtergemusst. Wegen dem Teleporter. Aber ich weiß halt nicht genau, wo ich hin... Welche Ebene quasi ich muss. Ach, du Scheiße. Okay. Äh... Okay, hier, irgendwo ist wieder ein verlorener Animus. Fliegende Insel, Fragezeichen. Aber ich sehe den Animus nicht. Nee, das heißt die Animus. Hör, ihr wisst, was ich meine. Wo ist das? Ah, da. Och, nö, ne. Hä? Ja. Wie? Scheiße. Ich glaub, der ist runtergefallen. Ah, da ist der. Ich würde sagen, irgendwo ist hier doch noch einer. Och Leute, nervt mich. Ich will grad nix von euch. Ah, da ist er wieder. Haua, ist ja okay. Kollege, komm mal klar. Okay. Gleichzeitig habe ich damit diese Truhe hier befreit. Die irgendwo hier ist. Natürlich. Ich frage natürlich mal wieder, wie komme ich da hoch? Vom Prinzip von hier, ne? Na, wenn ich nicht so blöde gerade geflogen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch geschafft. Ich wollte nämlich eigentlich noch nicht runterspringen, sondern mich eigentlich erst mal drehen. So. Jetzt. Ich muss nochmal da hinfliegen. Weil es nicht runterfällt und ich nicht da irgendwie drauf komme. Keine Ahnung wieso. Hä? Wieso ist der vorher nicht drauf gekommen? Wieso war mir das klar? Scheiße. So. Äh. Ach genau. Äh. 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 Mal schön zündeln. So. Okay. Da unten sind wir noch welche. Wo ist ja der Teleporter? Ich bin schon was zu weit, ne? Kann das sein? Shit. Na, mach'n. Na, mach'n. Na, mach'n. Da mach'n Teleporter später. Hm. Hm. Die Krallen machen mir gerade etwas Sorgen da am Berg. Oh. Wo? Wo? Ich brauch' mehr. Ich brauch' mehr. Da. Ah, ein Zweigreich, da brauchte ich drei. Da ist neiner. So. Öh. Irgendwie war mir das klar. Aha, und hier brauchen wir Ember. Irgendwann mitschießen. Ähm, okay. Ach, da. Äh. Es hat nicht gezählt, weil's so niedrig war. Ah. Cool. Ich guck' mal kurz wegen dem, ähm, wegen dem Aufstieg. Ich brauchte drei. Perfekt. Jetzt hab' ich alles. Gut. Ähm. Und die haben wieder Hunger. Beziehungsweise sie haben wieder Leben verloren. Deswegen gibt's hier nochmal ein bisschen was zu mampfen für die beiden Herren. So. Da ist noch so ne Beere. Ich nehm's einfach mal mit. Mach' zwei sogar. Ich nehm's einfach mal mit, weil keine Ahnung, ob ich's brauche oder nicht. Was ist das? Oha. Okay. Wow. Warte, kannst, ist es nicht so, dass wenn ich zu niedrig bin und zu lange auf ein Erz rumkloppe, dass es dann nicht rausfällt? War das nicht so? Ich glaub' das war so ne. Ah, nee, es war Kristall, kein Erz. Okay. Okay. Ähm. Ich wollte hoch. Geschafft. Gut. Aber hier oben war doch auch irgendwo ein Teleporter, oder bin ich grade blöd? das ist wieder so ein Teil, wo ich einen Schlüssel brauche. Ah ja, da hinten. Da ist ein Windschleim, den ich grade nicht haben möchte. Und so ein Prüfungsding. Wo ist denn? Kann ich mal an die Tasche runter? Ja, kann ich definitiv. Oh, wirklich. Da ist der Teleporter. Ich wollte was sagen, ich hab doch da irgendwas im Gras rumlungen. Scheiße. Auch wirklich. Ich hab gedacht, ich müsste nur die an dem Baum bekämpfen, doch was steht da hinter mir einer, ey. Das sieht mir nach einer sehr großen Truhe aus. Welches Level habt ihr denn? 18. Ich weiß, ich bin schlecht damit, aber ich versuch's trotzdem immer wieder. Genau. Ich bin nicht zurückgegangen. Ich bin nicht zurückgegangen. Ich bin nicht gekommen und schaue. Ich bin nicht zurückgegangen. Ich bin nicht viel Ugh. Lass uns nicht los, bitte. Danke für euch. Auf gehtskey. Okay, das sieht ja vollkommen mal wieder aus. Wenigstens hat er diesmal kein Schild. Ja, haben nix fallen gelassen, ne? Eine wertvolle Truhe. Ist wieder ein Kristall. Ich bin grad unsicher, wofür die Kristalle nochmal gut waren. Da ist auch schon wieder eine Tour, aber vom Prinzip ist das der Weg Richtung West. Ja. Ja.